Mein Name ist Beatrice Nickel und ich bin Rechtsanwältin. In meiner Rechtsanwaltskanzlei in Bonn-Bad Godesberg beraten wir Sie gerne in allen Fragen rund um Arbeitsrecht, Familienrecht und Sozialrecht. Sie haben eine ungerechtfertigte Kündigung erhalten? Sie fragen sich, wie es weitergehen soll nach einer Trennung? Sie haben einen fehlerhaften Hartz-IV-Bescheid vom Jobcenter bekommen? Wir beraten Sie gerne und vertreten Sie verständnisvoll und diskret. Untertitelung des ZDF für funk, 2017